Ja, habt ihr Fragen? Ja, hier. Im Allgemeinen, was zu Beginn des Vortrags angekündigt wurde, Frau Weser zu wählen, es wird immer kontrovers diskutiert, ob Frau Weser nur vom Adelsgeschlecht bestimmen kann. Also die Frage war, ob Frau Weser nur vom Adelsgeschlecht ernannt werden kann. Denn wir müssen ja wissen, die ganze Adelsgeschichte ist ja ein Ableber der Kirche. Also die Kirche hat sich irgendwann einmal angemaßt, die Siedlungsgebiete der alten Germanen als ihr Eigentum zu betrachten. Und die haben Lehren vergeben. Also die haben im Prinzip, ja, das muss man weiter ausholen. Im Jahre 9 gab es die Schacht im Teutoburger Wald. Da haben die Germanen den Römern in den Ortenwäsche auf den Helm gegeben und haben das römische Reich verschlagen. Und die sind mit einer unbedeutenden Truppe wieder nach Rom zurückgekehrt. Und damit war das Siedlungsgebiet der Germanen von dem römischen Sklavenhalterrecht frei. Das ist das, was wir heute als kanonisches Recht im ersten Semester Lura-Studium haben. Wo den Leuten und den Rechtsanwälten erklärt wurden, dass wir immer noch im römischen Recht stehen. Das kann nicht stimmen. Weil alle, die nach der Schlacht hier gesiedelt haben, mussten versprechen, dass sie hier einfach nur friedlich siedeln. Ich gehe da, ich wohne da, ich heiz da, Gewohnheitsrecht. Und seine Schäufe und Ziegen üben und ein bisschen Ackerbau machen. Aber eben den Boden nicht überbeanspruchen. Die mussten also eine Fruchtfolge einhalten. Die durften immer jedes Jahr Möhren machen. Dann mussten wir das ein bisschen wechseln. Und in das siebte Jahr den Boden ruhen lassen. Und bis zum vierten Jahrhundert haben die den alten biblischen Kalender gehabt. Deswegen die Altgermanen und die Urchristen hatten bis ins vierte Jahrhundert den gleichen Kalender gehabt. Nun die Salarkalender. Und dann hat die katholische Kirche, Konzil von Nikea, den Kalender geändert. Damit sie die alten römischen Bräuche, Kinderopfer, Slaverei, hier im germanischen Stammesgebiet weiter praktizieren konnten. Und dann haben sie im Prinzip die Obersteherung von Jesus. Auf das Fest der Jesus gelegt. Und die Geburt von Jesus, was im Herbst war, auf Weihnachten gezaubert. Und Weihnachten waren die Sander-Neujahr-Feste. Wo sie die Christen im Kolosseum den Leben zum Pass vorgeworfen hatten. Weil die Römer das so toll gefunden haben. Die katholische Kirche den Jesus nach Weihnachten verortet. So ist es passiert. Das ist auch heute noch so. Weil Jesus ist nun mal zum Laubhüttenfest plus minus eine Woche geboren worden. Weil die haben definitiv von Jerusalem nach Bethlehem nur anderthalb Tag gebraucht. Länger läuft man nicht. Das ist ungefähr die Entfannung von Leipzig bis Freiberg. So 80 Kilometer. So. Und wenn man nur schwanger und frau unterwegs ist, ist man eine halbe Sorge unterwegs. Also die Strecke geht nicht. Gut. Jedenfalls haben die dann im Prinzip dieses römische Sklavenalterrecht über diese Lehensherren. Und da haben sie also den Adel sozusagen in die katholische Kirche reingezogen. Und dann gab es diese Hexenverbrennung und so weiter. Und da ist der Sonntag entstanden. Und dieses Recht und diese Gewalt, die die katholische Kirche einem herabliert hat, hat eben dazu geführt, dass sie eben die Verträge mit den alten germanischen Stämmen gebrochen haben. und haben dann so alles Geschlecht aufgebaut, wo die Sachen zu den Adelischen gesagt haben, halt du sie arm, ich halte sie doof. Die katholische Kirche hat die Leute verblödet und der Adel hat den Leuten das Geld geraubt. Und irgendwann im Münzeraufstand hat es dann mal einen Knall gegeben, als sie den Bauern 10% Steuern erpressen wollten. Das war der Grund vom Bauernkrieg. 10%! Da sind ja so bei 80% Steuern. Und es ist ruhig. So seltsam. Und dann hat sich das im Prinzip so entwickelt. Aber das heißt nicht, dass wir hier in Deutschland im römischen Sklavenhalterrecht stehen. Sondern es ist Willkür. Und wenn wir wieder einen Verweser haben, wird er wieder sagen, dass dieses Bodenrecht, was wir haben, geliehen ist. Du hast ein Nutzungsrecht und du hast nicht das Recht, hier Sklaverei zu betreiben oder Leute zu entrechten. Oder du bist einfach nur derjenige, der das Stück Land, was dir vom Schöpfer gekämmt worden ist, in weiser, voraussisch und naturschonend bewirtschaftet ist. Damit wir alle zusammen was zu essen haben und jede Familie ein Stück Land hat. Das ist das, was Putin momentan in Russland vorhat, in dem du zwischen 1 und 10 Hektar Land als Familienlandsitz machen kannst. Das nennt sich Anastasia-Bewegung. Ist dann noch ein bisschen mit Buddhismus verbrämt. Aber der Kerngedanke ist erstmal richtig, nämlich die Selbstversorgung zu erhalten. Die Russen brauchen in weiten Teilen des Landes keine Sozialhilfe, weil die sich von ihrem Land ernähren können. Die müssen einfach nur anbauen und zur richtigen Zeit ernten und das Ding am Leben halten, Handel treiben mit Fällen und mit Ackergütern. Und das brauchen wir in Deutschland auch. Nicht ohne Grund bezahlt die EU für Deutschland Geld, damit die Ackerflächen brachliegen. Das kann doch nicht gesund sein. Wenn der Boden trägt und nicht bewirtschaftet wird, versauert das alles. Und Sumpflank können wir ja nicht gebrauchen. Wenn eine Krise kommt, müssen wir uns ernähren können. Die DDR hatte ja zumindest große Getreidelager. Wenn eine Krise war, haben sie einfach ihre große Halle mit Weizen aufgemacht und hätten die Leute durchfüllen können. Es gab ja mal diesen schlimmen Winter, wo die Kraftwerke aus waren. Zum Glück hat es nicht dazu geführt, dass irgendjemand noch hohmarkt ist. Aber die DDR hatte riesengroße Getreidelager. Der Bundesrepublik hat nichts Besseres zu tun gehabt, also diese Lager leer zu räumen und aus Gewerbeobjekten zu verteilen. Also einfach nur Schütte im Kopf. Ja, gut. Naja, das sind alles Dinge, die der Verweser einen neu ordnen sollte. Und ich bin auch ein großer Verfechter der Familienlandsitze. Warum soll denn eine Familie, steht Brachland, eine ordentliche Wirtschaft mit Permakultur und mit ein bisschen Bach und Wasserkläranlage und Solartechnik, dass es autark ist. Und alle eine Katastrophe können die, ihre Familie und vielleicht noch zwei, drei Nachbarn ernähren. Weil, wenn eine wirkliche Katastrophe uns zuwollt, der Staat wird uns nicht helfen. Die würden sich verbarrikatieren. Es gibt eine Notstandsanordnung der Polizei, wonach die sich alle in ihrer Polizeistation verbarrikatieren sollen. Und wir können sie dann lange anrufen. Hier kommt der ISIS-Kart um die Ecke. Da wird niemand anbringen. Deswegen ist es eine Aufgabe, dass wir uns auch mal irgendwann über Bürgerwerden unterhalten. Ich meine jetzt nicht militante Bürgerwerden, sondern dass wir mal einen anrufen können, dass hier wieder mal die Willkür ist. Und dass man ein Zeuge hat, wenn ein Gerichtsvollzieher aufschlägt und denkt, er kann Eheringe stehen. Das ist nur passiert. In Leipzig gründet sich eine, allerdings nennt sich die Kürze Zivilcourage, wenn wir in Kürze anfangen. Und da geht es erstmal darum, dass die praktisch sich präsent zeigen in der Stadt. Die wollen Gruppenbilden aus sechs Personen. Und einer ist erkennbar durch eine Signalweste und die anderen vier, fünf gehen mit. Und es geht im Prinzip nur darum, dass sie also durch Präsenz zeigen, kann sich jemand an uns wenden. Und die ganze Kritik wegen Bürgerwerden von Seiten der Polizei und natürlich von Politik und so, wird so abgewendet, dass sie sagen, das ist für mich auch einleuchtend, wenn also erlebt wird, dass da jemand überfallen wird, treiben sie ein. Und das ist die Situation, in die wir ja alle gestellt sind. Wenn wir Zeuge oder zu so einer Sache dazukommen oder das erleben. Das ist was völlig Normales eigentlich, dass man sich dann entscheiden muss, tue ich was oder tue ich nichts. Die einen sind beherzt und greifen ein und die anderen haben eben Angst. Die paar Situationen. Also nur um das mal nach hinzuweisen, dass sich das auch hier bildet. Also Schutzengel Urga wäre auch so eine Internetadresse, wo man mal gucken kann. Interessant ist auch, dass die Invasoren oder nennen wir so Flüchtlinge blaue Pässe kriegen. Wir würden gerne mal einen blauen Pass kriegen, weil ja blaue Pässe stehen auf dem Internetseite Abkommen für souveräne Staaten. Da brauche ich mich mal umkriegen die keinen roten EU-Pass oder keinen grünen. Die kriegen einen blauen. Das haben wir aber einfach bei der Einwohnermelderamte einen blauen Pass zu kriegen. Mit dem richtigen Vogel von der Tauf. Ich weiß nicht, ob das ist fix. Interessant. Und wenn irgendwas ist, ist es so, dass vom Innenministerium angewiesen worden ist, die Straftaten der sogenannten Invasoren nicht zu verfolgen und auch nicht in die Statistik aufzunehmen. Und die Polizei auch sagen, dass sie also dreimal so viele Straftaten begehen, wie jeder andere. Also das ist schon, und da denke ich mal, dass die Zahl auch noch nach unten geweschen wurde. Kann ich mal kurz noch ergänzen, der AfD-Wohlitzer hat eine Anfrage gemacht beim Landtag in Sachsen. Es sind alleine Straftaten von Flüchtlingen in Heimen. 25 DIN A4 Seiten, jede Zeile eine Straftat. Ja. Ja, ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Deutscher in ein anderes Land flüchten würde, würde meinetwegen in die Schweiz flüchten, würde dort Asylbeantragung. Ich wüsste nicht, wie ich auf die Idee käme, mich so zu verhalten. Also Kölner Hauptbahnhof oder wo es Übergriffe gegeben hat. Also es ist irgendwie nicht verstandlich. Na gut, es sind also Randerscheinungen. Und ich wollte noch eine wichtige Sache loswerden. Also bitte, wenn irgendwelche Leute, ja, ich habe es gesehen, wenn Leute kommen, bitte denkt drüber nach, dass ihr euch nicht eure ganze Energie in Dinge reinsetzt, die ihr Verweser mit einem einfachen Schriftstück beenden könntet. Also zum Beispiel die sogenannte Ordnungsverfügung oder Schemdrehe beenden oder Thermakulturen oder was weiß ich. Der Verweser kann das über Nacht entscheiden. Das sind also nicht die Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen unseren Kümmern davon Verweser haben. Wenn da das in Ihnen noch entscheiden können, brauchen wir ein Erhaltensleben uns der Ordnungsverfügung, damit die Sache wird. Wir müssen uns den Mann raussuchen, der das wirklich umsetzen würde. Und der macht eine Verfügung und dann passiert das einfach. Das ist nur eine ganz wichtige Sache. Wenn wir noch die Frage hin. Was mich jetzt interessiert ist, du hast vorhin gesagt, mit dem Bodenrecht. Und das wird 2017 dann verfallen. Die verkaufen doch aber jetzt schon massiv an Ausländer in Angros-Grundstücke. Kann das dann wieder rückwängig gemacht werden, weil es ja nicht rechtsgültig ist? Also man muss wieder unterscheiden. Eigentum und Besitz. Im Grundbuch wird der Besitz eingetragen. Besitz ist derjenige, der die physische Gewalt hat. Und der Eigentümer ist der, der die rechtliche Gewalt hat. Einen Besitzer zu bestimmen zum Beispiel. Also der Eigentümer hat die absolute Sorge über das Grundstück. Und der Besitzer ist derjenige, der momentan einen Schlüssel hat. Und das jetzt als seins ansieht. Und der Besitzer ist der, der am Grundbuch geführt wird. Und der Eigentümer ist der, der am Kataster geführt wird. Und wenn das Kataster nicht fortgeschrieben werden kann, und das System fällt auf dem Rücken, gilt das, was im Kataster steht. Und das Kataster ist in Kakao und da hat seit 1945 keiner reingeguckt. Also sind das alles bloß Besitzer? Das sind Besitzer. Die verkaufen ein Nutzungsrecht. Die verkaufen ein Nutzungsrecht. Und die, die dort Häusern dort gebaut haben, zum Beispiel auf Bodenreformland, da wissen wir ja, Doktorarbeit Konstanze Paffrat ist mit Summa Cum Laude bewertet worden. Die hat nachgewiesen, dass die Bodenreformen von 1945 bis 1949 illegal waren. Das heißt, wenn auf Bodenreformland sein Haus gebaut hat, da hätte es auch ein Überschwemmungsgebiet bauen können. Weil das fängt an zu schwimmen, wenn die Verweserwahl kommt. Und da muss natürlich eine sinnvolle Regelung gefunden werden. Und wir haben uns ja in der Friedensbewegung da auch Gedanken gemacht, wie kann man denn so einen Fall handeln? Und wir sind zu dem Resultat gekommen, nicht derjenige, der das Bodenreformland erworben hat, hat es im guten Glauben erworben. Und er hat seinem guten Glauben seinen Baustachvertrag abgeschlossen, hat ihn auch teilweise abgezahlt. Freut sich, dass er jetzt ein Haus hat. Aber der Besitzer hat natürlich ein Anrecht. Also was wird man machen? Man wird also um sein Haus, um den Bereich lassen, was noch zu seinem Grundstück gehört, wo er seine Schärfe weiten kann. Aber ringsherum wird dann dem ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden müssen. Und dann wird er ein Stück Land von jemand anderem noch dazukriegen, dass er seine ursprüngliche Landesgröße hat. Man wird sich mit einem Vergleich einigen müssen. Andere wird es nicht gehen. Man kann doch jetzt nicht die ganzen Sachen, die von 1945 bis jetzt passiert sind, von Null nichtig erklären. Das betrifft jetzt ja alle. Ja, aber wenn es überhaupt nicht verlängert wird, dann verfallen nur die 99 Jahre. Dann wird das Kataster einfach abgefackelt. Fertig. Und das muss man verhindern. Aber es gibt doch die Aussage, dass zu Lastenbüter die Verträge unwirksam sind. Und das ist ja das alles. Ja, der Staat ist derjenige, der das Kataster fortschreiben kann. Und der Staat ist der Verwerber. Wenn wir von der Firma reden. Kann ich jetzt ja, als Besitzer, kann ich jetzt das Kataster angehen, soll ich einen Auszug, also ein Katasterkund, ein Ordinallabzug? Nee, die lassen keinen rein. Das ist ein Krakau. Das Ding ist zu. Das bleibt zu. Das ist mein Eigentümer. Das ist mein Eigentümer. Das ist mein Eigentümer. Weil der Russe sagt sich, wenn die wissen, wer der Eigentümer ist, gibt es nur Haulen und Stöchen. Die lassen keinen rein. Das kann ich gar nichts machen. Du bist der Besitzer und du musst dich da mit dem Eigentümer einigen über dein Grundstück. Und wir haben uns noch viel zu wegen einfach nur Gedanken gemacht, angenommen, wir würden jetzt von einer Woche auf der andere ein Verweser wählen müssen. Was wäre eine gute Handlungsempfehlung? Mehr können wir doch nicht machen. Und wir sind der Meinung, dass es sinnvoll wäre, dass das zum Vergleich kommt, dass um sein Haus, sagen wir mal, 500 Quadratmeter ums Haus rum, eben noch zu dem gehört, der das Besitzrecht erworben hat, im guten Glauben, und alles andere fällt weg. Weil das kriegt der ursprüngliche Eigentümer zurück. So, und wenn der sagt, du kannst das noch die 500 Quadratmeter noch dazukriegen, kostet so und so viel, dann wird das dann von dem Verweser in das neue Kataster eingetragen, und dass die Sache erledigt. Und so wird dann Stück für Stück die Sache aufgedröselt. Mein Vorschlag. Mir ging es jetzt bei meiner Frage nicht darum, was jetzt hier die Einzelnen und so weiter geht. Ne, nur das, was jetzt geschieht. Die Ausländer kommen und kaufen und kaufen und kaufen. Das ist rechtswidrig, das wird einfach wieder bequemisch gemacht. Das ist Hellerwache, ja, na klar. Das Kataster für den Staat, und da wir jetzt nur eine notstandsrechtliche Verwaltung haben, was nicht entlastet werden kann, weil die Gesetze über die Auflassung nicht erfüllt sind. Der Kaiser hat das Verfügungsrecht über die Auflassung, also über die Zuweisung von Kunststücken an die Besitzern. Das heißt, wenn wir kein Verweser wählen bis Ende nächsten Jahres, ist es Treibgut auf See. Deswegen wollen sie ja das Handelsrecht etablieren. Deswegen schicken sie so viele Leute los, die die Leute so in das Handelsrecht schicken. Macht mal auf dem Gericht ein Handelsrecht. Das ist wie ein Einüben, ein Einüben in ein falsches Rechtssystem. Das Handelsrecht können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen das staatliche Recht unter dem Schutz des Kaiser, damit wir alle warm, trocken und sicher erleben können. Mit dem Handelsrecht bist du Treibgut, bist du ausländischen Investoren schutzlos ausgeliefert. Wenn wir das hier einüben, indem wir selber vor dem bundesdeutschen Recht richten und praktizieren, denke ich mal, mein Bauchgefühl, keine gute Entwicklung. Wir haben ja die Problematik, dass in den Amtsgerichten, dass der immer noch über Eigentum gesprochen hat, auch in allen Kaufverträgen. Und Eigentum ist ja geschlagen, theoretisch, und der Besitz. Ja, klar. Also ich habe das ja richtig durchgefahren. Chefgesetz 52. Ich habe das total durchgefahren und mir wurde dann der Eintrag ins Grundbuch verweigert. Ja. Und weil ich mich so gesperrt habe, haben die mir eine Grundsteuer- und Bedenklichkeitsbescheinigung abgewandt und die habe ich dann immer bezahlt. Das Problem ist... Also es gibt überall Willkür, das ist schon das. Ne, ne, so sehr viel Willkür ist es nicht. Man muss jetzt überlegen, wo steht man? Wenn man einen Personalauspreis oder Reisepass hat, wo Deutsch drin steht, müssen wir, dass wir in einem Gesetz vom 5. und 2. und 34 stehen. Und wenn wir in dem Gesetz drin stehen, steht im Chefgesetz 52 drin, dass dieses Vermögen, was den Deutschen, mit Deutschen ist immer das gemein, von Hitler, die Staatsangehörigkeit, das steht unter der Beschlagnahme. Das, was den Staatsangehörigen, die aus dem Kaiserreich und der Bundesstaatenangehörigkeit haben, das ist von der Beschlagnahme ausgenommen. Also ich habe... Die Bundesrepublik, die Bundesrepublik darf nichts beschlagen, was Bundesstaatangehörige haben. Und deswegen lassen sie uns nicht raus. Denn wenn sie uns rauslassen würden, hätten sie weder eine Kontrolle über uns, noch dürfen sie in die Fahrzeugpapiere reinschreiben, dass du nicht der Besitzer bist. Du hast doch das Auto bezahlt, bist aber nicht der Eigentümer. Ich habe das alles im Katastramt nach Erfurt erwähnt. Es gibt keinen Katastramt der Bundesrepublik. Die dürfen es nicht. Ja, ich weiß. Die haben dann zum Beispiel einfach gesagt, sie dürfen das nicht angewiesen. Obwohl ich da angewiesen habe... Also die Notare sind noch angewiesen worden, keine Auszüge aus dem Geburtenregister mehr zu erstellen, weil das wäre ja der Einstieg, um irgendeine Beweisführung zu machen. Also das ist eine kriminelle Entwicklung. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und es wird immer schlimmer, weil die Leute aufhecken und die Förderung aufmachen und die Beamten dann auch mal in den Suchzahn kommen. Wenn man sich das aussetzt, dann ist das klar, dass das abgeht. Ja. So. Da gibt es ja eine Feuerastkunft nach UND-Statum. Ja, UND-Statenschutzgesetz. Genau. Wo beantworte ich das? Mit dem Nationalstatus? Wie ist das mit dem ESTA-Antrag? Also ESTA ist eine Geschichte, die von amerikanischen Besatzern eingeführt worden ist. Es ist keine Erfindung, die mit dem Kaiser zu tun hat oder mit dem Staat zu tun hat, sondern die nur dazu dient, festzustellen, wer ist Nazi, wer ist nicht Nazi. So. Für Bundesstaatenangehörige gilt nach wie vor die Ableitung nach Wustag. So. Und jetzt, deine Frage war jetzt, wann war das jetzt? Äh, äh, Vollauskunft. Genau. Die Vollauskunft ist jetzt im Prinzip das, was hinter deinem Datensatz hinterlegt ist. Und da wirst du feststellen, dass du, wenn du ein Perso abgegeben hast, dass Deutsch klein geschrieben wird. Asch wird's groß geschrieben, Großbuchstaben, das ist die Handelsorganisation Deutsch. Das Kleingbuchstaben ist der Verweis auf das hitlerische Gesetz. Bist nicht in der Firma, sondern bist im Hitler gelandet. Und du kommst erst raus, wenn du mit der A11 kündigst und der Mitarbeiter, der Ermeldebehörde, seine Arbeit macht. Wenn der die nicht macht, hast du die gleiche Situation wie beim Bankraub, dass du dem Bankräuber Förderung aufmachst. Der hat aber immer noch ein volles Magazin. Deswegen kommst du an der Stelle nicht weiter. Und deswegen wollen wir eine Klagegemeinschaft machen. Wir haben also noch so ein Bauvorhaben neben dem Kaiserradio laufen, wo wir die Entlassung in die Bundesdatenangehörigkeit vom internationalen Gericht durchklagen wollen. Und zwar außerhalb der Bundesrepublik, innerhalb der EU funktioniert. Weil Gericht im europäischen Mitgliedstaat wird sich nicht dazu hinreißen lassen, gegen das kaiserliche Gesetz zu verstoßen. Das ist die Sache. Das probieren wir jetzt, probieren einige von uns gerade den Weg zu gehen. Und wir mal gucken, ob es funktioniert. Also wie ist das jetzt, wenn ich das jetzt gemacht habe, die Bescheidung nach den 20 Tagen, die wird gerade verletzt. Also die Bundesrepublik darf erstmal nicht lügen. Und die wird dir das, was sie für dich in der Leckhambruch auf den Schein schreiben. Aber es wird dir nicht nützen, weil sie sich einfach nicht rauslassen. Es müsste im Prinzip, wenn dein Melderegistereintrag korrekt wäre, wie wirklich korrekt das Melderegister hat, müsste im Prinzip bei dir der Bundesstaat stehen. Weil wenn die HLKO gilt, geht die HLKO vor und in der HLKO gibt es keine Freistaaten. Weil der Reststand vom 27.10.1918 einzuhalten ist. Verpflichten, vor allem in Mitteldeutschland verpflichten. Weil wir haben diese Neuordnung des Reiches nicht. Genau, das verweigern sie gerade. Das verweigern sie gerade und zwar mit der Begründung, dass sie in der Unbefliegerung des Bundes sind und der Bund seinen Sitz in Bonn hat. Und in Bonn gilt das Chefgesetz. Aber die dürfen natürlich nicht in der fremden Besatzungszone gegen die HLKO verstoßen. Denn wir in Mitteldeutschland haben vordringlich erstmal die Rechte aus der HLKO und die kommen aus dem kaiserlichen Recht. Und in der Bundesrepublik haben sie leider die Gesetzgebung der Wahlmachter Blick. Und deswegen hängen die über Chefgesetz 52 noch in der Wahlmachter Blick. Wo ist das jetzt? Wenn jetzt jemand Schulden beim Finanzamt hat. Wie wichtig wird das hin, dass die erlöschen? Das Problem ist genau das gleiche wie beim Weltraum. Das Finanzamt ist die Parteikasse des Bundes. Der Bund ist ein privatrechtliches Konstrukt. also die Gewinner der Wahlen bilden den Bund. Der Bund hat eine Parteikasse das ist das Finanzamt. Und solange wie du aus dem Bund nicht rauskommst also deinen Personalstatus nicht auf inaktiv setzen beziehungsweise dir die Bundesstaatenangehörigkeit nicht zurückgeben ist es das gleiche als wenn du im Kleingartenverein deine Beiträge nicht entrichtet hast. Da hängst du im Prinzip in der Ordnung des Vereins drinnen. Erst dann wenn du Bundesstaatenangehöriger bist dann bist du raus. Also man kann es ungefähr so vorstellen du hast die Kleingartenanlage und dann gilt die Gartenordnung. Da musst du schon halten. Das sind die Beiträge zu bezahlen und das ist die Hecke zu schneiden. Wenn du Bundesstaatenangehöriger bist, bist du nur einer der da durchläuft. Und dir kann dann nie verlangt werden, dass du in der Kleingartenanlage die Hecke schneidest bloß weil du da durchläufst. Nur der da im Garten Kleingartenverein drin ist der muss die Hecke schneiden. Logisch. Gute Wartung. Da kommt es das Herz gemacht. Wie ist das wenn das jetzt dann alles durchgegangen ist? Man hat ja dann so gewisse Verträge wie die Krankenkasse oder halt. Naja das sind Firmen. Die Krankenkasse ist eine Firma. Das Geld gilt alles weiter. Also vom Kaiser stammt die Sozialgesetzgebung und die ist aber vom Bundesdorf verfremdet worden zu deinem Nachteil. Krankenkassen hat es schon zum Kaiser Zeiten gegeben da wollte man einfach die soziale Notabfeder also dass jemand wenn er verunglückt hat dass der Arzt bezahlt werden kann damit er genesen kann und dann hinterher haben die das verrechnet. Das ist so sinnvoll aber das was jetzt momentan mit Krankenkasse passiert das ist nicht normal. Das ist kein normaler Zustand. Eine Pflichtkrankkasse oder so. Einen Moment mal. Ich denke mal eben zu diesen Punkten kommen die jetzt gerade angesprochen werden Das ist mal jetzt wäre es vielleicht was was uns oder sag ich mal mich vor allen Dingen interessieren würde Uwe erklärt bitte noch wie wir jetzt vorgehen Das ist eigentlich der wichtigste Punkt wie wir wie wir wie wir das Ding jetzt anschieben oder was wir für Dinge beachten sollten damit wir hier Also der nächste Schritt ist erstmal dass wir die Flyer machen also die Handzettel wo wir die Neugländigkeit der Verwässerwahl erklären warum wir sie machen müssen warum wir ein Siegel wählen müssen warum wir eine Wahlordnung brauchen und wie die Marschrichtung ist und da haben wir uns vorgestellt dass wir ein großes Blatt vorne und hinten bedruckt im Offset-Druckverfahren machen farbig auch ansprechend aber mit einfachen Grafiken so dass es jeder versteht und dann ein Einlegeblatt was regional gestaltet ist weil der Saale-Holzland-Kreis Saale-Urla-Kreis oder Dresden oder Leipzig die haben alle regionale Befindlichkeiten da gibt es lokale Schwerpunkte und die werden nicht im Offset-Druckverfahren große Stückzahlen erreichen das sollen die einfach mit dem Leser-Drucker ausdrucken und sozusagen in das Außenblatt reinlegen das wird immer herumgefaltet also wie so ein langer Flyer wie ihr es einem kennt einmal gefaltete A4-Seite und das kriegt jeder in den Briefkasten rein und dort sind die Orte und die Orte drin wo die Wahlkommission mal ihren Sitz haben soll das wird wahrscheinlich ein Vereinsheim oder Gasthaus sein oder ein privater Raum wo über halbes Jahr lang die Leute mit ihren Geburtserkunden hingehen können das Blüten lassen können und wo 10 Leute der Reihe nach unterlachen angucken und jeder im Prinzip in so einer Stempelkarte seinen Stempel reinmacht ich habe es gesehen und geprüft ich habe keinen Widerspruch gefunden und wenn der seine 10 Stempel drin hat ist die Wahrscheinlichkeit 1 durch 1000 dass immer noch ein Fehler drin ist und die Wahrscheinlichkeit ist dann so gering dass Banocher Weserwald nicht ein Sitz in dem neuen Parlamentumfeld weil die ja weniger als 1000 Sitze haben weil die haben 400 oder 300 Sitze 10 Leute entscheiden das selbst wenn der 10 der noch einen Fehler macht führt das nicht dazu dass ein einzelner Sitzung fällt das ist das ist der nächste Schritt und wir wollen sehen dass wir bis Ende des Monats diesen diese diese Flyer fertig haben wo erklärt ist wie es geht und dort sind Verweise auch ins Internet und mehreren Stellen wo man nochmal ganz detailliert das kriegt das müssen wir aber alles erst machen und das sind wenige die das jetzt momentan vorbereiten das ist eine Aufgabe die wir jetzt nach Thüringen delegiert haben weil dort eine Gruppe ist die sich mit sehr alten Rechten sehr gut auskennt und die das versucht auch historisch ein bisschen aufzuarbeiten also es wird dann auf dem Handzettel wir haben dann Internet links stehen wo historische Abläufe erklärt sind wie es zu den Lebensrechten kam wie es zu den Lebensrechten kam wie die Leute sich informieren können möglichst bebildert mit Beispielen von verschiedenen alten Burgen die von Sachsen und von Thüringen waren dass die Leute das verstehen weil das hatten wir in der Geschichte alles nicht gehabt aber auf dem eigentlichen Zettel wird nur drinstehen wo ist deine nächste zuständige Wahlkommission wie lange hast du Zeit um deine Unterlagenordnung zu bringen wann ist der voraussichtliche Wahltamin da wird aber dann nur stehen Juli, August 2017 weil so lange werden wir brauchen bis wir alle ordentliche Bescheinigungen haben und dann ist die Frage wann ist der Punkt erreicht ähnlich wie bei der DDR dass die Ämter sagen wir können ja mit der DDR nicht mehr weiter die Leute wollen das jetzt nicht mehr die wollen die Merkel nicht mehr hören wir müssen jetzt Planierung schalten wir müssen jetzt sehen dass wir hier nicht abfackeln und dann werden die Gemeinden auf uns zukommen und werden sagen okay dann kriegt ihr in eurem Ausweis jetzt die rein denn wir haben ja Wissen über euch wir wissen ja wo ihr geboren seid die Überwachung ist so toll und perfekt dass wir genau wissen bis auf 10 Generationen zurück wo ihr verortet seid das System ist es ganz einfach das festzustellen wer nach Brustag gehört und wer näher so wir müssen sich überlegen wollen sie weggefackelt werden wollen sie sich auf den Bürgerkrieg einlassen wollen sie sich irgendwo in einem Waldgrundstück am 10 Meter über dem Erdboden wiederfinden das ist die Frage wenn das Hutvolk noch steht wird genau das passieren da kannst du das ganze Erzgebirge ablöfen drei Jahre lang da wirst du immer noch paar Leute in der Blattwitzel finden wenn das so weitergeht eine ganz knallharte Sache das ist das was in den Terroristenberichten überall drin steht was Ulfkotter auch gesagt hat und ich sage ihr müsst euch überlegen in den öffentlichen Reihen wollt ihr euch mit dem Gutvolk anlegen oder nicht die Forderung ist wir wollen die Bundesstaaten an die Erdbeerung wieder haben ihr habt uns unrechtmäßig in die Hitlergeschichte reingeschickt also ist es eure Aufgabe uns da wieder rauszuholen und die einfache Lösung ist ein Bescheid erstellen dass die Herkunft nach Russland neu hergeleitet werden muss fertig und dann müssen von 2008 wo das letzte Mal aufgetaucht worden ist also da Widerspruch mit der Stadtangehörigkeit aufgetaucht die wollen dann nochmal wiederholt werden fertig dann hat Merkel muss Merkel auch nicht das Gesicht verlieren wegen ihrer Einwanderungspolitik weil wenn das Gesetz umfällt fällt auch die Einwürger auf der Rücken dann muss man halt sehen dass sie mit Zügen und mit Bussen entweder eine Heimat gebracht werden ohne dass sie uns hier da brauchen die nächste Frage wäre jetzt mal auf den Bundesstaat Sachsen zu kommen den als Gesamt Frau Weser oder die Kreis-Hauptmannschaften das ist das Problem die kreisfreien Städte gibt es ja verschiedene es gibt ja welche die vor 1904 schon kreisfrei waren die so ein Limbach-Oberfrona da weiß der Bürgermeister genau was er für Rechte hat er hat gesagt wenn er mich weitererackert mit den Asylanten da erzähle ich euch mal dass wir noch vor 1904 kreisfrei waren was ich als kreisfreie Bürgermeister alles veranstalten kann und da habt ihr keine Lust drauf und da haben sie in Ruhe gelassen deswegen haben die noch keine Asylantenheimen also die Bürgermeister wissen zum Teil dass sie über dem Landrat stehen weil der Landrat einfach nur die Verknüpfung der Dörfer gemacht hat Subsidiaritätsprinzip heißt alles was der Bürgermeister entscheiden kann ist eine ganze Menge darf er machen und nur dann wenn er nicht mehr weiter weiß weil gerade Hochwasser ist oder weil Missernte ist oder weil Hölgegebiet durchgezogen ist ist sein Landrat dafür da der andere Bürgermeister bittet ihm zu helfen das ist nämlich die ordnungsgemäße Aufstellung des Bundesstaates und der Verweser ist derjenige der die Gesetze verlässt wonach alle Bürgermeister und alle Landräte zu handeln haben so ist es organisiert der Verweser steht nicht wirklich über den Bürgermeister aber er darf ihm die Gesetze machen und innerhalb dieser Gesetze darf sich der Bürgermeister bewegen so das ist ein ordentlicher Staatsaufbau das was hier gemacht wird dass der Landrat die Bürgermeister anweist das darf er gar nicht also nachher K.O. drauf er hat aber einen Hut auf ach ja es wird dran